Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal mit dem Addon Venture Plan, wo es ein paar Neuerungen gibt, die das Leben für euch am Missionstisch wesentlich einfacher machen. Dazu habe ich ein paar Leute von euch darauf hingewiesen, dass es da ein paar neue Updates gibt. In diesem Sinne Dankeschön dafür und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Addon einfach nochmal an. Vor allem auch da viele von euch in den Videos jetzt immer gefragt haben, was ich nutze, um die Missionen zu machen und so weiter und so fort. Und es ist nochmal einiges passiert und das ist ein Update-Video wert. In diesem Sinne, wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke und damit starten wir rein. Wie immer gilt, Venture Plan könnt ihr nicht über irgendeinen Client oder sonst was runterladen. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das Addon, die neueste Version, runterladen. Wenn ihr das habt, müsste das eine ZIP-Datei sein. Die entpackt ihr einfach, den Ordner, den ihr daraus bekommt. Damit geht ihr in euren World of Warcraft Ordner. Dort müsstet dann ins Interface finden. Da macht ihr einen Doppelklick drauf, dann Addons und dann findet ihr den Ordner, beziehungsweise in diesen Addon-Ordner müsst ihr das kopierte Venture Plan Ding ins reinmachen. Einfach den Ordner da rein kopieren und ihr seid ready to go und dann sieht das im Idealfall so bei euch aus. Venture Plan hat jetzt eine neue Funktion, beispielsweise und die ist schließe alle ab. Damit werden nacheinander alle Missionen, die ich gemacht habe, fertig gemacht und ich bekomme im Idealfall, dachte ich, die Belohnungen in die Tasche gepackt. Wobei ich muss zugeben, ich habe einfach nur für EP gemacht. Da habe ich die Mission höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Das ist gut möglich. Also, was ihr dann letzten Endes in dieser Übersicht seht. Ihr könnt jetzt sehen, was neu, glaube ich, ist die Übersicht mit Gefährten. Wie viele Gefährten ihr habt. Hier seht ihr, wie viel Anima ihr habt. Hier seht ihr euren Missionstisch-Fortschritt. Also hier diese Missionen, die so ein Abzeichen gewähren. Und das sind einfach nochmal Berichte, die ihr euch nachträglich angucken könnt, wenn ihr wollt. Was ihr letzten Endes macht mit diesem Add-on. Ihr klickt drauf, Abenteurer auswählen. Könnt dann die Leute hier reinpacken und seht dann Predicted Result Loose. Höchstwahrscheinlich ist das dann eine Niederlage. Dazu muss man aber sagen, damit ihr, glaube ich, diese Ansicht bekommt mit dem Predicted Result Loose und so weiter, benötigt ihr noch ein weiteres Add-on. Jetzt muss ich mal schauen. Venture Plan ist drauf. Zumindest in einer der letzten Versionen war das noch nicht von Venture Plan selber mit drauf. Dieses Feature. Ich hatte dazu noch ein zusätzliches Add-on. Bin ich denn jetzt doof, dass ich das nicht finde? Datastore, Datastore. Covenant Mission Helper. Genau so sieht es aus. Das habe ich noch zusätzlich mit drauf. Das gibt, glaube ich, diese Übersicht, ob ihr eine Mission schafft oder nicht. Könnt beides zusammen draufpacken. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Und ihr seht dann auf jeden Fall, packt eure Abenteurer rein. Ihr seht dann Predicted Result Win. Also das würde jetzt klappen. Über Optimize ordnet das Add-on noch eure Kämpfe anders an, um eventuell bessere Fortschritte zu erzählen. Hier seht ihr noch, welche Ziele getroffen werden. Das ist auch neu. Diese kleinen Pünktchen, die da im Tooltip stehen. Und da könnt ihr euch einfach vom Add-on helfen lassen, dass sie so angeordnet werden, dass es bestmöglichen Erfolg bringt. Dann gehen wir auf Bestätigen und schicken die los. Mir geht es jetzt einfach nur darum, maximale Erfahrungen zu holen. Und was auch ganz cool ist, ihr seht halt zum Beispiel, welche IP ihr bekommt, wenn eine Mission verloren geht. Zum Beispiel sehen wir hier, die Mission geht verloren. Wir kriegen 1200 IP. Dafür gibt es dann diesen Button. zum Scheitern verurteilter Lauf. Da geht es darum, es werden eure schwächsten Streiter da reingeschickt. Die Pfeile geben an, wer ein Level-Up machen würde. Und es geht einfach nur darum, die sollen die Mission verlieren. Es geht nicht darum, dass ihr die Belohnung bekommt. Es geht einfach darum, dass eure Low-Level-Gefährten EP bekommen. Mit einem Rechtsklick seht ihr, startet ihr das Abenteuer. Und das ist also ganz einfach, wenn ihr einfach nur sagen wollt, ihr wollt jemanden EP geben, müsst ihr einfach nur auf diesen Totenkopf-Rechtsklick gehen. Dann werden automatisch die fünf schwächsten Gefährten reingeballert. Und ihr müsst euch nicht groß drum kümmern, wen ihr da jetzt in die Mission packt oder nicht. Ihr seht es gerade, der Klick auf den Button Optimizer hat geholfen, dass aus einem Lose ein Win wird. Also das ist sehr, sehr nützlich auf jeden Fall. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, ihr seht ja, hier kriege ich jetzt verschleierte Verstärkungsruhen für diese Mission. Die buffen einen eurer Stats um 18. Also ist ganz nützlich beispielsweise für Raids, um sich bestmöglich zu buffen. Diese Items bekommt ihr auf eurem Missionstisch, wenn ihr, soweit ich weiß, hier oben im Abenteuer-Kampagnen-Fortschritt Rang 8 erreicht habt. Also es lohnt sich auch mit Twinks so weit zu gehen. Und dass ihr diese Runen dann bekommt. Was eben auch noch ist, wenn ihr nicht interessiert seid an diesen Runen, euch damit zu buffen für ein Raid oder sonst irgendwas, könnt ihr damit natürlich auch ins Auktionshaus gehen. Die Dinger sind recht viel wert und geben teilweise zwischen 500 und weiß nicht, 700, 800 Gold pro Stück. Lohnt sich auch, die dann zu verkaufen. Auf jeden Fall, Venture Plan ist wirklich ein Addon, was euch dabei hilft, sehr, sehr einfach eure Missionen wegzuschicken. Ihr bekommt dann hier die Übersicht, wie lange die noch auf Missionen sind. Bisschen übersichtlicher als von Blizzard alles. Man muss sich erstmal an den Look gewöhnen von Venture Plan, gebe ich zu. Aber wenn man das erstmal getan hat, also hier diese Übersicht, bekommt ihr doch wesentlich mehr Informationen auf einen Blick, als euch Blizzard das mit dem Standard UI liefern würde. Ich kann euch nur raten, es macht vieles einfacher, es spart euch Zeit und es rettet euch auch definitiv in Verbindung mit dem Covenant Mission Helper die ein oder andere Mission. Also wer Bock hat, legt sich das einfach mal zu und freut sich dann über eine gewisse Zeitersparnis. In diesem Sinne, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen, hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video und reingehauen.